Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Loflischmarsch. Wir starten heute in Bayer-Aufnahme zwischen sieben Folgen. Ob man auch noch heute, das weiß ich nicht genau. Das kann auch sein, dass es auch morgen wieder geht. Ich verschaffe einfach einen Überblick, was wir also gemacht haben. Strom wegfahren. Ernte vorbereiten, Dünger auffüllen und unser Gärreste. Da wollen wir mal schauen, ob das klappt. Heißt, wir düngen das Feld vor. Das Überführungskurs gespeichert. Die Mücken haben wir den Kurs für Feld 1. Und zwar, wenn ich es rüchte erinnere, haben wir es gut beschrieben. Jetzt war da kein Problem dabei. Da drücken wir nur Gärreste. Okay, wir müssen nochmal gucken. Geld haben wir ja. So. Überführungskurs nach unten hinzu. Und zwar von BGH. Ergänzend. Gülle nicht. Das wird nichts werden. Gärreste. Fahrzeuge. 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 Wir beginnen mit der Ernte. Das war Düngen. Ich hoffe, wir fertig. Düngen Mission. Das war fertig. Lassen wir mal stehen. Wir werden uns hier anfangen, dass das mal läuft. Und zwar, das ist Ernte, Feld 15. Und zwar, ja, Feldarbeit. Ich bin, aber ich bin runter. Nur, dass das jetzt nicht geht auch nicht. So. Das ist ja nicht viel zu. Der Anfang. Okay. over that yeah d boom Ja, zwei Kugeln. Das ist schon ein Schatz. Wollt ihr beide? Alles klappt. Das ist schon ein Schatz. Wollt ihr? Ja, wollt ihr? Ja. Ja. Das war die Führung. Okay. Geht's ja dann. Okay, das läuft genau. Jetzt müssen wir gleich mal den Abfall einschauen. Anlassen. Ja. 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 Wir versuchen mal, ob Mais auszusehen. Ups. Mais ist ganz richtig. Ja. 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 Abfahrt, dann dreißig. Dann dreißig, dann zieht es. Ah ja. Dann werden wir einen kurz einfahren. Schlafen wir hier gleich. Hier ist der Geschenkteil voll. Der ist jetzt auch noch voll. Das klappt. Dann haben wir die Brotgespiegelung eher Mais. Vielleicht noch mal die Reule bauen. Auf der Mitte. Für die Lager. Die Lager machen wir nicht. So können wir auch. Die Wünsche frei. Der Scharmhäcke. Der Scharmhäcke. Der Scharmhäcke. Oder ein Fahrsingel. Und man alleine fließen. Der Rechzettel. Die Einzettel. Die nächste Woche. Dann kann ich noch ein bisschen. Dann kann ich noch ein bisschen. Dann kann ich auch zu bauen. Weil dann meistens nochmal passen. Komm ihm an die Erde. Dann geht es voll. Hat mir geklappt? Ich habe ihn nicht begonnen. Ich habe ihn nicht begonnen. Ich habe ihn nicht begonnen. das mal in der Haube still alleine habe ich in der Haube Ich hab mich über die Leiter. Ich hab mich über die Leiter. Ich hab mich über die Leiter. ... ... Okay. I don't know where I was going. I don't know where I was going. I can't find you. I don't know where I was going. I love their indeed. So dicht am Hof reicht, ob man einfach rausgehen kann, zu klein fahren, aber der ist auch nicht gut. Der ist ein der Bedrohme, aber nicht. So ein Gär aus dem Haus. Das ist gut. Durch das Haus und Gär. Das ist gut, dass wir auch gemacht werden können. Lief. Hier ist der Zug. Hup. Hupfale. so, da bleibt schon mal knapp 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 bis dahin 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 Hey, nein! Ja, das ist ja auch nicht. Da ist plötzlich kein Wettbewerb. Die Tiere sind ja an. Das ist einfach hier, aber es wird noch vieler hart. Ja. Ja. Wenn wir hier warten können, dann lösen wir das. Dann geht man halt. Ja. Ja. So bereit, auch zu bleiben. So, Strom verkaufen. Ja. One ball. 1860 Stück. Und dann pack ich ihn. Ah, ey. Pack ich ihn in den Bisschen. Also ein Problem. Die höreste, die ergerlichen Ton, ne? Machen wir mal ein bisschen. Wir fahren mal ein bisschen. Ich hoffe... Was ist eigentlich? Ja. Aber wir gehen so... Ben Verklanker. So wie ich kann, was das nicht verfein. Trotz verbrechen. Und der kleine ist das Hüttel. Ah, der Hüttel ist neu. Okay... Genau so... Jetzt kommt er rein. Machen. Das ist voll weg. Das ist voll weg, wenn wir einpacken dürfen. Okay... Die hat uns nicht mehr. Das ist eine Scheisse. Die ist alles dran. Das ist eine Gelegenheit. Das ist eine Thronachmauke. Das ist ein Kon. Das ist eine Gelegenheit. Das ist falsch. Komm mit dem Licht. Was macht mich das? Oh, das war schon mal. Das ist ein bisschen besser. So, jetzt kommt es aus dem Nürnberg, dann ist es ein schönes Ding, ich kann es das nicht nehmen, aber dann geht es da.